Hey Leute, endlich Nichtraucher-Tag Nr. 29. Morgen ist dann ein Monat voll. Ein Monat Nichtraucher. Oh Mann, meine Partnerin, meine Freundin hat mich jahrelang mich genervt, wenn ich mal keine Zigaretten hatte. Sie hat immer gesagt, wenn du keine Zigaretten hast, statt welche zu holen, kannst du ja aufhören und so. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, du weißt du was, ich habe aufgehört. Und sie hat gesagt, wirklich? Meinst du das wirklich? Da habe ich gesagt, ja, ich habe aufgehört. Und das war genau vor 29 Tagen. Und ich bin froh darüber, dass sie mich so ein bisschen angeschoben hat. Genauso ist sie auch diejenige, die mit mir eigentlich laufen geht. Aber sie läuft die letzte Zeit nicht mehr mit. Ich hoffe, dass sich das dann irgendwann demnächst nicht wieder ändert, dass wir wieder zusammen laufen können. Vielen Dank für eure Unterstützung, Leute. Macht's gut. Ich melde mich später nochmal. Bis dann. Ciao.